Mario, Martin, was denn das für eine Aktion? Ist ja richtig spektakulär. Heute war ich sehr überrascht, muss ich sagen, wirklich. Normalerweise, wenn er da immer diesen kleinen Ball da so ein bisschen hinherchippt, dann war das heute schon richtig männlich, muss ich sagen. Schaut ihn euch an, der kann nicht mal in den Handstand. Richtig nix! Der Typ kann doch nicht mal einen Stab halten. Das war doch eh nur Glück. Glück. Amigo, Sprungkraft, das kennt ihr nicht, ihr Golfer, oder? Geh mal weg. Aha! Ohohohoho! Von wegen kennst du Sprungkraft, du Amateur! Das verrückte. Rückenplatscher? Du! das bringt sie nicht so jetzt passen wir auf dieser tipp ist völlig crazy auf geht's auf die dose ich guck mal was ich bin gespannt ich will da nicht gehen er ist beim baumacher oh du bist du beim turm springen ja geh du wieder aufs trampolin mit der flick fleck ist schlecht nicht schlecht ja wieso stellt ihr die dose nicht dahin ja b nicht du bist du ich will wenn du mal dependence auf das wäre ein organis hundred w und anderen auch jetzt basically her eigentlich пол hier nicht s